2013 ist und bleibt das absolute Traumjahr für jeden LEGO Star Wars Fan. Und auch wenn ich mein absolutes Lieblingsset aus diesem Jahr eben hier schon auf dem Tisch stehen habe, wollen wir uns heute einmal dieses Set etwas genauer angucken, die 75012, den Barkspeeder with Sidecar. Eines der absolut gehyptesten Sets aus dem Jahr 2013 und damit natürlich auch eines der teuersten. Und der Grund dafür ist ganz einfach eine einzelne Figur. Und während ihr damals eben noch um die 25 Euro für dieses 226 Teile starke Set ausgeben musstet, so müsst ihr heute für eine gebrauchte Variante knapp 100 bis 150 Euro und für eine neu verschlossene Variante knapp 300 bis 400 Euro ausgeben. Wenn wir heute natürlich rausfinden, lohnt sich das Ganze für nur eine von diesen vier Figuren, die hier mit dabei sind. Wir haben übrigens Obi-Wan Kenobi, Captain Rex und dann noch zwei Kommando-Droiden hier im Set mit dabei. Also wirklich nicht viele. Und eine davon ist natürlich was ganz Spezielles. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben. Natürlich kann man mit diesem Set auch ein bisschen was machen, also ein bisschen hin und her spielen. Das ist natürlich immer eigentlich noch für Kinder gedacht. Das heißt, hier gibt es so ein kleines Sidecar, was man hin und her spinnen kann. Es gibt was zum Schießen und natürlich auch eine wilde Verfolgungsjagd, weil es sind natürlich zwei Speeder mit dabei. Und das Set, was ich hier in der Hand halte, das ist tatsächlich noch original verpackt, aber ich bin nicht komplett bescheuert. Deswegen habe ich mir, weil das Ding habe ich damals für 130 Euro mal neu gekauft, also vor ein paar Jahren, habe ich mir eine gebrauchte Variante auf Ebay geholt für 130 Euro gebraucht. Ärgerlicherweise der gleiche Preis für das gleiche Set, nur einmal neu und einmal gebraucht. Aber das heißt einfach nur, ich hatte einen wirklich wahnsinnig guten Deal damals für das Neue. Und weil das Set natürlich jetzt gebraucht war, gab es für mich keine wirkliche Unboxing-Experience. Das wollte ich allerdings nicht so auf mir sitzen lassen und habe das Ganze in einzelnen Tüten nochmal verpackt. Ich habe nämlich immer so ein paar Tüten rumliegen und habe die Teile dann einzeln sortiert und hier nochmal in die Beute gepackt, einfach damit ich für mich und für dieses Video eine schöne Unboxing-Experience habe. Also ihr seht, es gibt zwei Tüten, die hatten damals natürlich nicht diesen weißen Streifen darüber. Und einen einzelnen Arm, den habe ich da reingeworfen, weil ein Arm in dem Set leider kaputt war. Und die Anleitung, die ist natürlich auch mit dabei. Und das ist das typische kleine Design. Also man fühlt sich echt, als wären das hier keine 130 Euro. Ach ja, stimmt, sind ja auch 25. So, die langweiligen Figuren zuerst. Und das hier ist ein Kommando-Droid. Und davon bekommen wir eben ganze zwei Stück in diesem Set. Die sind auch wirklich beide dabei. Es wird aber nur eine davon wirklich auf der Box abgebildet. Also zumindest hier auf der Boxart unten sind natürlich beide zu sehen. Dieser Kommando-Droid hat ein großes Problem. Der nutzt nämlich die Beine von dem Super-Battle-Droiden. Nur hier eben in so einem braunen Ton oder dunkelbraunen Ton. Und die Dinger, die sind ja dafür bekannt, dass sie kaputt gehen. Und das sind sie hier eben auch. Und zwar beide von meinen Kommando-Droiden-Beinen. Die haben so einen kleinen Knacks. Und das Problem dabei ist, die fallen dann eben sehr, sehr leicht um. Oder lassen sich sehr, sehr leicht bewegen. Und das ist ein wenig doof. Also die sollten natürlich eigentlich festhalten. Aber wenn hier so ein kleiner Knacks unten im Gelenk drin ist, dann hält das natürlich nicht ganz so lange. Und er hat eine Waffe in der Hand. Die Arme hier an der Seite brechen auch immer wieder. Da war bei mir, wie gesagt, auch einer kaputt. Also den habe ich hier auch noch. Den musste ich nachbestellen. Also wirklich sehr, sehr dünn und sehr, sehr kaputt machbar. Diese Droiden, so sollen sie natürlich auch sein. So hoffen wir es für die Star Wars The Clone Wars Story. Aber ja, schade ist es schon. Weil schön sind sie ja. Also muss ich zugeben. Aber wie gesagt, absolut viel zu leicht zerbrechlich. Minifigur Nummer 2 ist der gute Kenobi. Und hier in einer Clone Wars Variante. Und ich habe es schon öfter gesagt, aber ich bin nicht der größte Fan von den Clone Wars Figuren. Es ist einfach so. Ich mag die großen Augen nicht. Ich mag den Stil davon nicht. Und deswegen, also der Rest der Figur gefällt mir sehr. Aber es ist eben trotzdem ein Kenobi von The Clone Wars. Und diesen Kopf, den könnte ich sehr, sehr gut ersetzen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Da ist schon wieder ein Knacks. Also die Figürchen, die haben echt gelitten über die Zeit. Also 2013, das ist ja schon eine Weile her. Und zum Glück hat der Captain Rex nichts abbekommen. Aber das ist noch eine andere Story. Gucken wir uns gleich noch an. Dieser Kenobi lächelt auf der einen Seite. Wir können natürlich sein anderes Gesicht hier auch nochmal eben angucken. Also ihr seht auf der anderen Seite, da guckt er nicht mehr ganz so freundlich. Aber auch da, die Figur, die lässt sich sehr, sehr leicht bewegen. Und das ist tatsächlich nicht, weil sie bespielt wurde sehr oft. Die kommt nämlich von einem Sammler. Sondern das war tatsächlich einfach das Alter. Und die waren damals so. Toll, dass wir Beinprinting bekommen bei der Figur. Das war damals auch nicht so normal. Aber ansonsten, ja, nicht so spannend, würde ich sagen. Und damit der Mann der Stunde, Captain Rex. Die Figur, die knapp für 100, 150, manchmal 200 Euro über den Tisch geht. Ich habe ja knapp 130 für dieses Set bezahlt. Und die Figur ist, muss ich ehrlich zugeben, ein absolutes Wunderwerk. Die Figur sieht wirklich, wirklich klasse aus. Und ich kann verstehen, warum sie so teuer ist. Trotzdem sollte Lego da echt mal eine neue Variante von rausbringen. Sie sieht toll aus. Und ich muss auch gestehen, ich würde sie heute in so einem Set auch genauso noch kaufen. Allerdings sieht man an manchen Ecken und Enden dann doch, dass sie eben von 2013 ist. Wir haben zum Beispiel kein Armprinting. Oder es wären zumindest weiße Arme heute. Wir haben auch schwarzes Beinteil hier unten. Also in der Mitte, da ist ja diese Middle Area über den Beinen. Und unter dem Torso, da ist eben hier schwarz. Die wäre heute weiß. Ich kann ja mal kurz als Vergleich den Trooper von heute reinhalten. Also das ist ein 501 Specialist. Und so ungefähr wäre das dann eben heute. Und vor allem der Helm, der unterscheidet sich. Also letztes Jahr wäre das hier Ganze ja noch akkurat gewesen mit den Dingern. Oder vorletztes Jahr. Aber heute haben wir eben zwei Löcher im Helm. Oder so zumindest zwei angedeutete Löcher im Helm. Sodass man hier beim Captain Rex eben auch das Funkvisier oder den Rangefinder eben oben reinstecken könnte. Was heute oder was damals eben dann nicht der Fall war. Was der Figur hier eben ein wenig fehlt. Das finde ich ein bisschen schade. Konnte man damals nicht. Hätte man gut noch machen können. Aber das wird eben der nächste Captain Rex, der ja demnächst erscheinen wird, dann eben haben. Und deswegen freue ich mich drauf, dass eben eine neue Variante rauskommt. Und die vermutlich deutlich besser aussehen könnte als die Variante, die wir hier haben. Auch wenn das hier eben schon ein absolutes Meisterstück ist. Wir haben einen Poldrun hier an der Seite. Der allein ist schon richtig, richtig teuer. Hier unten ist natürlich auch noch so ein kleines Waist Cape und ein bisschen Print auf den Beinen. Aber ganz ehrlich nicht so viel. Er hat natürlich zwei kleine Blaster mit dabei. Auch die könnte man eventuell ersetzen. Er hat ja glaube ich Doppelbarrel Blaster. Ich bin mir gar nicht sicher. Und den Helm, wenn wir den einmal abnehmen, da hat er hier natürlich einen Kopf. Und dieser Kopf, der guckt ganz schön grimmig. Es ist Captain Rex. Was sollen wir tun? So guckt er in The Clone Wars. Hinten ein paar Matschspritzer. Also ein paar Sandspritzer irgendwie sowas. Ist da wahrscheinlich raufgekommen. Es soll so ein bisschen aussehen, als wäre er gerade aus einem Kampf gekommen. Und oben auf dem Helm, und das finde ich glaube ich das Coolste, da hat er ein paar Kills hier. Also ein paar Kämpfe dann eben hier mit abgestrichen. Also ein paar von diesen Strichen, die auch Gefangene machen, um eben die Tage zu zählen, hat er hier quasi gemacht, um zu sehen, wie viele Druiden er gekillt hat. Finde ich richtig klasse. Und was sie eben noch gemacht haben hier auf dem Lego-Helm, ist hier vorne diese kleine Naht. Das ist ja ein Phase-1-Helm, wo er vorne eben was dran geklatscht hat, um zu einem Phase-2-Helm zu werden. Finde ich sehr klasse. Es sieht auch wunderschön aus und auch eben hier vom Nahen richtig, richtig cool. Ich bin ein großer Fan der Figur. Ich mag sie gerne, aber ganz ehrlich, 130 Euro wäre sie mir glaube ich nicht wert, wenn ich nicht ein Sammler von allen Lego Star Wars Sachen oder Sets oder Figuren wäre oder so. Deswegen, das ist eine schöne Figur, aber sie ist einfach viel zu teuer und Lego muss dringend, dringend, dringend eine neue Figur auf den Markt bringen. Und damit kommen wir auch schon zu dem Part im Set, der absolut niemanden interessiert, nämlich die beiden Speeder. Also ich würde sagen, wer für 130 Euro das Set kauft, der hat genau ein Ziel und dieses Ziel ist diese Figur und der Rest, der ist halt mit dabei. Und diese Speeder sind zwar nett, aber ich glaube, ich hätte die als Kind eben auch nicht gekauft. Genauer gesagt, habe ich sie als Kind nicht gekauft, weil das Ganze, was ihr eben gesehen habt, das habe ich als Kind gekauft und zwar selber. Und die hier habe ich nicht mitgenommen, auch wenn es nur 25 Euro waren. Ich wollte das nicht haben. Ich war kein Clone Wars Fan, ich war kein Fan von Captain Rex und dementsprechend war es einfach nicht mein Set. Die Speeder waren nicht schön genug und dementsprechend habe ich es mir nicht gekauft. Die Speeder, ja, also der erste, der ist nun wirklich nicht so spannend. Er ist relativ akkurat zu dem, was man eben in der Serie sieht, aber er ist jetzt auch nichts bautechnisch Wunderwertes, also nichts, was man haben muss dringend, um irgendeine Bautechnik zu erlernen. Also man kann eine Figur draufsetzen. Ich nehme jetzt mal einen Kommandoroiden sehr, sehr vorsichtig. Ja, bei mir fallen sie eben konstant auseinander. Es ist ein bisschen traurig, aber ich werde es mal versuchen, eben so gut wie möglich diese Figur hier raufzusetzen. Also so kann man das Ganze dann eben biegen und versuchen, den eben so ein bisschen hier raufzusetzen. Und dann steht er auch nur so ein bisschen. Also er steht hier in diesem Speeder drin und das sieht seltsam aus, aber es ist lustigerweise genau das, was auf der Packung abgebildet ist. Und ja, es sieht doof aus und es muss so. Wir haben ein paar Sticker hier drauf. Das ist einmal hier hinten in der Mitte. Dann haben wir die Seiten, die sind hier ein bisschen schief angebracht. Es ist nicht meine Schuld. Ich weiß leider nicht, der die Sticker angebracht hat. Und dann haben wir hier vorne noch das Separatisten-Logo auf den beiden Seiten des Sloped-Parts hier. Und das war es dann auch. Also für diesen Speeder, das sind relativ wenig Sticker, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind hier definitiv mehr. Ansonsten, ja, ein bisschen hätte man den schöner machen können, aber ich glaube, es ist so akkurat, wie es hätte sein können. Und dementsprechend verzeihe ich denen das. Dieser Speeder hier, der ist wunderschön. Ich mag ihn gerne und ich weiß, es gibt viele, die keine Fans davon sind, aber das hier ist eben super, super akkurat zu dem, was wir in der Serie sehen. Und hier ist leider ein Sticker schon abhandengekommen. Hier vorne gehört normalerweise so ein roter, ich glaube, einmal zwei Sticker rauf oder so. Ihr könnt es sehen. Also das hier wäre noch darauf gewesen. Der ist bei mir leider nicht mehr dabei. Aber es ist eben so ein langes Slop-Teil. Da könnte hier vorne so ein bisschen rot noch sein und dem definitiv auch nicht schaden. Dafür haben wir sehr, sehr viele andere Sticker. Also hier sind insgesamt sogar viermal dieser kleine Sticker enthalten. Die sind alle auf diesen Seiten von diesem einen Speeder hier in der Mitte, nämlich der Bark-Speeder. Und dann guckt euch mal dieses eine Teil hier auf der Rückseite an. Das sieht genauso aus wie bei dem Fiber First Battle Pack, was wir eben im Jahre 2021 oder 2020 bekommen haben. Super voll gepflastert mit Stickern. Also das ist der Wahnsinn, das hier überhaupt so rauszubringen. Das ist schon schade. Da hätte man den Stein ja auch gleich in mehreren Farben zusammenbauen können. Also ja, es sind ein paar viele Sticker mir zumindest. Dann haben wir hier noch einen Sticker auf der Seite und das war es dann zum Glück auch. Also mehr ist dann nicht dabei. Aber ihr könnt schon sehen, das Ding ist eigentlich ziemlich cool. Und vor allem kann man eben eine Funktion damit ausführen. Man kann nämlich das Sidecar nach hinten drehen, was eben in der Serie auch vorkommt, wenn Captain Rex nach hinten schießt, um ein paar Angreifer zu erwischen, weil die gerade von hinten eben verfolgt werden. Und dann dreht er sich einfach um und schießt hier ein paar Flickfire Missiles ab, die natürlich auch mit dabei sind. Hier kann man leider nicht schnipsen. Das sind Schnipsraketen. Aber das kann man leider nicht machen, weil hier ist leider kein Platz zum Schnipsen. Deswegen kann man hier einfach drücken und dann fliegen die halt raus und man muss so spielen, dass man den erwischt oder so. Also ja, die Spielfunktion ist ein bisschen interessant, also zumindest das Schießen oder so. Aber dieses Drehen, oh mein Gott, als Kind hätte ich mich mega darüber gefreut. Ich hatte den damals schon mal in der Hand, aber habe ihn dann trotzdem nicht gekauft. Also so cool scheinen die Spielfunktionen dann doch nicht zu sein. Aber diese Idee, dass das eben so möglich ist, dass man das wie in der Show eben nachmachen kann, das ist etwas, was mich richtig freut. Und jetzt wollen wir natürlich auch das Undenkbare tun und die Figur von Captain Rex und den Mantel einmal kurz zerdrücken und die dann hier mit draufsetzen. Einfach nur, um es einmal gemacht zu haben. Und ich hoffe, ich mache hier jetzt nichts kaputt, das Pauldron zum Beispiel oder so. Aber wir setzen ihn ganz, ganz vorsichtig einmal hier hin. Es sieht wunderschön aus. Auch Obi-Wan setzen wir natürlich hier auf den Barkspeeder hier in der Mitte. Und schon haben wir eben so das Ganze, wie die Kids damals damit gespielt haben. Etwas, was man heute nicht mehr machen würde, weil die Captain Rex-Figur hier zu teuer ist. Aber so kann man dann eben nachspielen. Hey, der fährt hinter uns her. Ich glaube, da sind noch zwei, drei oder so davon. Und dann schießt man den eben ab und gut ist. Ja, also Spielfunktionen technisch eine Sache super cool. Die andere ein wenig lackluster. Also so würde ich das heute definitiv nicht mehr durchgehen lassen. Da wären hier vorne aber auch Springloaded Shooter dran. Aber das Design von dem Ding und diese Spielfunktion, dass man es umdrehen kann, wie gesagt, ich bin ein absoluter, riesiger, riesiger Fan davon. Der Speeder hätte man nicht besser machen können, aber ist ein bisschen langweilig, für so ein 25-Euro-Set einen Speeder dabei zu haben. Und die zweite Figur, die läuft hinterher. Oder wie macht man das? Vor dem Fazit noch ein kurzer Blick in die Anleitung. Und hier ist tatsächlich sehr interessant, dass in der ersten Tüte alle Figuren gebaut werden. Und eben der separatistische Speeder. Das heißt, diese erste Tüte ist eigentlich fast leer. Also wir haben wirklich nur Figuren und die sind ein Mini-Speeder. Und das zweite Ding, das ist eben ja der große, andere Speeder. Da sind auch viele, viele Teile mit drin. Und dann haben wir hier hinten natürlich auch noch ein bisschen Werbung. Und zum einen natürlich die Teile, mal eben kurz überblättern. Aber wir haben zum einen Werbung für das Lego Star Wars Videogame, was nicht mehr existiert, weil die Seite jetzt was ganz anderes zeigt. Also dieser Code ist absolut ungültig. Könnt ihr gerne irgendwo eingeben, wenn ihr rausfindet, wo. Und dann haben wir die Figuren aus dem Jahr, nämlich von Januar 2013. Wir haben A-Wing hier, wir haben die Battle Packs, wir haben das Rancor Pit Ding, was man mit dem Jabba's Palast verbinden konnte. Den Set 95 Starfighter, hier ist noch mehr A-Wing. Dann haben wir noch ein, was ist das? Ach, das andere Battle Pack, genau. Hier ist der ATR-Team mit Yoda und dem 501st. Also wirklich wunder, wunderbare Sachen, die eben hier rausgekommen sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich, aber ich hätte mir doch ein paar Bilder von den Sets gewünscht, weil das ist natürlich die Nostalgie des Jahrhunderts mit diesem Boxart hier oben drauf. Figuren sind toll, aber die Sets, die fehlen hier drin wirklich ein bisschen. Und damit kommen wir zum Fazit. Ist dieses Set 400 Euro wert? Oh hell no. Ist es 300 Euro wert? Absolut überhaupt nicht. Ist es dann vielleicht die 130 Euro wert, die ich für das Set bezahlt habe, wegen dieser einen Figur, die mit dabei ist? Ganz ehrlich, nö. Spart euer Geld. Diese Captain Rex Figur ist toll, aber es kommt eine neue. Es wird eben eine neue davon erscheinen, die wahrscheinlich sogar besser aussehen wird als dieser Captain Rex hier. Klar, es wird kein Paulder und kein Waste Cape mehr geben. Das ist ein bisschen schade, also die werden verschwinden. Aber zumindest ist es eben eine günstigere Variante, als für 300, äh Quatsch, für 130 Euro eine einzige Figur zu kaufen. Und wahrscheinlich, wenn sie dann irgendwann rauskommt, kommt sie auch irgendwann nochmal in einem solchen kleinen Polybag raus. Deswegen, also spart euer Geld, ganz ehrlich. Also die Figur ist wirklich, wirklich toll und sie ist das Glanzstück einer jeden Sammlung. Aber gerade wenn man weiß, dass eben eine neue Figur rauskommen wird, dann würde ich jedem davon abraten, eben 100 Euro oder sogar 150 Euro für eine einzige Figur auszugeben. Der Rest des Sets ist in Ordnung. Für 25 Euro würde ich da absolut nicht Nein sagen. Oder für 15 Euro, wenn ihr das Ganze ohne Figuren kauft, kriegt ihr das ja heute auch noch. Aber wie gesagt, nur für die Captain Rex Figur jetzt eben dieses Geld auszugeben. Der Rest des Sets, den braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, nur dafür eben das Geld auszugeben, für mich würde sich das absolut nicht lauten. Schreibt mir aber unbedingt eure Meinung dazu und in die Kommentare würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr so ein großer Fan von Captain Rex seid, dass ihr eben jetzt sagt, hey, ich muss den unbedingt haben und ich muss den auch unbedingt jetzt eben hier in diesem teuren Set kaufen und nicht noch warten auf das nächste. Oder habt ihr den vielleicht schon, vielleicht sogar mehrfach oder so? Schreibt mir eure Meinung natürlich gerne und in die Kommentare würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten LEGO Star Wars Reviews nicht zu verpassen und schaut euch auf jeden Fall auch gerne dieses Video an. Da habe ich nämlich gerade das neueste LEGO Star Wars 501st Battle Pack vorgestellt, nämlich das mit dem 501st Specialist von eben, die 75345. Ein wahnsinnig tolles Battle Pack, was ich in meiner Kindheit auch gerne gehabt hätte. Ansonsten danke euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.